Hallo ihr Liebenden. Entschuldigung, das kommt davon, wenn man die Aufnahmetaste nicht drückt. Chris, falsche Richtung. Wenn man es vergisst, Chris, anstrengen bitte, der hier sitzert. Unser, 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 unser. Ich erwarte jetzt echt ein bisschen Konzentration. Ich will einmal Silber kommen. Ja, du brauchst nur zwei Spiele, also ich darf wohl bitten. Jetzt verlieren, brauche ich wieder drei. Bist du hinten? Okay, alles klar, dann gehe ich mal. Alter. Hallo, hallo, hallo. Ne, das ist ein Wandball, das ist... Üpfen. Wandbälle gehen meist vorbei. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich hab dich nicht gesehen in der Mitte. Pass mal auf. Da war David, habt ihr gesehen? Da, der Schlippenbach, das bin ich. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich geh rein. Das hab ich schon aus Polen gesehen. Der ist drinne. Der ist auch nicht drin. Scheiße. Ich brauch den Boost hier. Wo ist der Boost? Oh, alter. Oh, alter. Die Kameraeinstellung. Geh rein. Du kommst alleine. Was machst du denn? David! Entschuldigung. Er hält seinen eigenen Ball auf. Ich fass es nicht. So. Was macht... Nochmal. Was macht ihr denn da? Wieso? Tanz dir um den Ball oder was? Alter, ich geb alles, was ich kann. Das ist Boost. So. Jetzt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ab du. Sag ich doch. Ich steh jetzt erstmal an dem Tor, glaub ich, kurz. Hallo, geh vor. Äh. Ah, den wollte ich anschneiden. Immer wieder zu viel. Vorsicht, Bro. Das ist... Es ist nur ein heißes Eisen, was er hier vorhin. Wo, wo, wo. Gut. So. Ich hab nicht gesehen, dass der hier kommt. Erstmal weg. Erstmal weg. Hauch auf, hauch auf. Bro, bro, bro. Alter, wenn du siehst, dass der Ball vor dir ist, mach die Augen auf. Pass auf. So, jetzt. Nochmal, Bro. Pass auf, pass auf, Bro. Ado, geh doch vor. Der arscht uns jetzt, Christian. Komm, den arschen wir jetzt mal zurück. Der wird nie silber. Oh mein Gott. Kriiii. Oh. 1-0 für Christian. Kann man nicht meckern. 1-0 für dich. Komm, komm weiter, David. Ah, scheiße. Nee, es ist immer einer dazwischen. Ja, ich bin. Dementsprechend plan ich... Oh. Ado, geh vor. Na, Jungs. Ja, nun warte, die schießen jetzt auf unser Tor jetzt. Den könnte ich haben. Nein, noch nicht. Oh. Nein. Aber warum... Mann, ich schließe mich einmal nicht richtig und dann... Einmal? Hat er nicht gesagt. Alle vorbei haben bald alle. Ja, und wo war der Ado? Ja, der auch vorbei, ist doch klar. Oh Gott. Habe ich, habe ich, habe ich. Könnte drin sein. Zu hoch. Ah. War schön, oder? Habe ich nicht gesagt, dass er zu hoch war. Der war schön. Ich würde drin sein, wenn da keiner steht. Das wäre so schön gewesen. Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh, der kommt kacke. Moment. Ja, Baby. Ich muss mich neu prostituieren. Bleib da drin. Bleib, bleib, bleib. Was? Neu prostituieren? Ich muss mich neu prostituieren. Ähm. Hau dir nochmal. Hallo. Mann, ich warte, Junge. Ich kann nicht immer einfach drauf. Und jetzt habe ich einen Wendekreis wie ein Elefant. So. Ja. Danke. Sorry. Oh, David, komm. Ja, weiter. Jetzt geh weg, Alter. Ja, Mann, jetzt geh doch nicht mehr. Jetzt habe ich die Schnauze fett hier. Fett oder voll? Fett. Er hat die Schnauze fett. Fett, 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 fett. Geh einfach nach vorn. So, da, hier. Jungs, du bist langsam wie eine Oma. Jungs, habt ihr da Spaß vorne, oder? Ich bin im Tor gewesen. Ich bin langsam wie eine Oma. Nö, ich bin im Tor. Mitte, Mitte. So, Mann, ey. Hoch. Da wurde der Ado weggefickt. Da bist du wieder. Ah, nee, du bist auf der anderen Seite gespawnt, ne? Oh, shit. Schade. Ich dachte eben schon. Ja, komm, versuch mich zu outplayen. Ja, hast dich selber outplayt, Junge. Na ja, na ja, relativ. Mücken! Huch, alter. Da ballert der die Klinge. Ja, jetzt alle in die Mitte. Oh, und der ist scheiß abgeballt, David, bis irgendwo? Ach, shit. Ja, weil... Hau ab, du. Gut. Regeln wir es in der Nachspielzeit. Hm. Du bist am Anfangsfall vorbeigesprungen, ja? Ja, Mann, mach. Zieh drauf, zieh drauf, zieh drauf, genau. Ja, schön weiter, schön, schön, schön. Abboost. Aber da stehen nicht viele Leute in der Mitte. Alter, hab ballt, sei mutig. Nee, das bringt doch nichts. Zeig, was du auf der Bord legen kannst. Du hast einen Supporter an deiner Seite. Exhaust ab. Pass auf, gleich... Ja, ich... Wozu hast du denn den Schwuchtel auf der Bord? Pass auf, gleich kommt Teleport von mir. Scheiße. Alter. Jungs. Ich bin da. Ich bin nicht amused. Ich bin sehr nicht amused. Da komm ich nicht hin. Ich empfehle hüpfen. Hüpfen. Wenn du jetzt noch einmal eine dicke Fresse hast, kommst du Bronze 1. Ich empfehle hüpfen. Wie denn, wenn der Blaue mich da weghaut? Minus 6. Oh mein Gott, komm voran. Gewinn, verlieren, gewinn, verlieren. Immer aus. Ich hab genau 400 Punkte. Ich hab die Zuckerstange. Davon mal dran lecken. Noch nicht suchen. Ganz heißer Tipp. Sonst haben wir die gleichen. Möchte ich nicht. Aber so gut waren die jetzt auch nicht. Besser als die davor. Zieh mal besser als die davor. Nee, 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 nee. Besser enddeutscht nicht. Ah, lecker. Muss man mal gemacht haben, Mäuschen. So, das Game noch. Dann noch ein LOL und dann... Alles klar. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Schalten Sie dieses Video aus. Äh, Bro, wir machen LOL, aber nicht mit dir. Huch. Wo's? Hat einer was gesagt? Was hast du heute? Oh. Oh, Alter. Vor, zurück, vor, zurück. Was jetzt? Entscheidet euch, Jungs. So. Hey. Da pumpst du mich an, der Junge. Okay, Arno ist eher auf die Zurück-Variante. Du möchtest doch nicht etwa kapitulieren. Wuch. Outplayed. So. Was machen die denn alle so hoch? Vorbei. Für dich. Für mich. Für Ardo. Für allem. Der Ardo hat endlich mal Arbeit. Ach. Tor. Also da hättest du jetzt nicht mit drauf müssen. Weg. Doch. Du hättest dann nicht mit drauf. Vorbei geht er noch? Ja. Trif. Ich hab genau gehört, was du berufen hast, kurz vorher. Äh. So. Ich gucke dir die Wand hoch. Ach, scheiß Dreck. Wieder so ein Millimeter. Was machen die denn, Alter? Ardo, geh mit vor. Da. Ich war die Pfosten hoch. Da, da, da. Nee. Nee, alles gut. Ich hab versucht, die da noch zu drehen, irgendwie rein. Ardo, geh vor. Ja, ich wollte nur ein Boost. Du hast vorne an die Front gebraucht. An die Front? An die Front. Okay. Hat er du. An die Front. Mit dir geredet. Ich hab dir den mal. Oh, nimm mal diese Hochwelle, ey. So, geht er auch zurück zum Absender. Da? Der heißt Burriard Alive. Oh, oh, oh. Oh. Alle dann. Hoch! Alter. Oh, war der Gegner, ne? Chris, was machst du denn? Du siehst doch, dass ich vor dem Ball stehe. Warum gehst du denn mit drauf? Ich wollte nur einen Boost heute. Ich bin nicht gespürt. Was lachst du? Bist du schwul oder was? Hättest du aber am liebsten. Wobei, ich auch. Ich wollte, ich wollte auch, ooooh. Ich wollte auch gerade was sagen. Fondruzier! Oh. Nietzsche Parade. Nietzsche Parade. Nietzsche heißt nice. Alter, wird, wird ich hier ausgenutzt oder etwa? Oh, Lord. Oh, Telefon. Klingt ein bisschen wie, als wenn dann Oberstädt mit der Harmonika, hätte ich fast gesagt. Mit der Harmonika. Ziehharmonika. Oh, Natoshi. Der heißt Natoshi. Hey, Jungs, jetzt könnt ihr auch mal den Ball wegbringen. So, jetzt aber auch mal all in hier. Wenn ich jetzt all in mitmache, dann passiert das nicht. Nein, 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 nein. Wohl, wann war der denn da? Das war überhaupt nicht geleckt oder so? Komm, 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 komm. Kommt, Jungs. Kommt zum Sieg. Huch. Kauf dir Boost. Aldi. Aldi hat nicht Angebot. Oh, lol. Das sah gut aus, Alter. Huch. Jetzt durch. Ich bin Mitte. Ich kann auch Tor, ihr müsst es nur sagen. Nein. Der Ball ist noch heiß. Jetzt nicht mehr. Aus. Ja, ja. Hinter dir ist einer gewesen. Immer noch. Hallo? Ich stehe im Tor. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Oh. Ah, das geht doch nicht. Das geht doch nicht 0,0 hier. So, lassen auslassen. Genau, so. Jetzt. Ich gehe rein. Geh mit. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ich bin noch in der Luft. Das ist sogar ganz gut. Aldi, bleib gleich vorne. Naja. Oh. Scheiße. Der trifft natürlich. Das ist 20 Kilometer. Ah. Dazu braucht man zu viel, ja. Aldi, bleib gleich vorne. Nice. Nicht nice. Ich und Aldo immer. Sag doch, Aldo, rede doch. Hast du dich gemutet oder was ist los? Wir hören dich schon seit Ewigkeit nicht. Hallo, Aldo. Hallo? Ahem. Neben dem Telefon hatte ich mich gemutet. Ach, das war dein Telefon. Das war mein Telefon. Ich dachte, bei Christian im Hintergrund. Nein. Weiß ich doch nicht. Entschuldigung. Ich dachte... Nochmal, hör auf, den Ball hochzuheben. Wenn ich den Ball kurz davor bin, zu schießen. Boah, ich bin die ganze... ...gemütten Narben. Also, wir haben nichts gehört. Kommt, David, kommt, kommt. Nee, nee, nee. Die haben immer das gleiche. Da steht immer... Es... Es steht immer einer... Immer dieser Natushi, der so Haupt-Towerward ist. Oh, Jungs, 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 Jungs. Ja. Nee, Wirt hab ich. Jungs. Ich hab keinerlei Boost. Nee, 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 nee. Die machen Fehler. Machen sie nicht. Ah, Mitte. Fall zu. Da, den, das. Oh, Mann. Oh. Na. Zieh. Na. Das, einmal raus. Ja, ich bin im Tor. Oh, Jungs, kriegt ihr den? Ich hoffe. Wohohohohohohohoho.. Ich mach Ich lieg im rücken auf'm Tor Ich lieg im Rücken auf'm Tor Was machst'n diner, du kleine Schnätte Ach Ruhe Ach Ruhe mit die Wodka Uh, der lupft hoch Er fühlt sich wie zu Hause, ey Wie ist da hinten dieser Natutschi? Das ist so eine Flugschlampe. Oh, das war zu doll. Komm, 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 der Abfaller. Äh! Ich würde so gerne mit vor, aber... Oh, da hast du ihn. Vorsichtig. Ich bin im Turm. Ado, hüpfe! Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Oh, danke. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Natutschi vorbei. Ja! Ja, weiter, 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 weiter. Wo ist er? Ich sehe nicht. Ado, geh vor, geh vor, geh vor. Ah, der springt dagegen, der springt dagegen. Das war zu sehen. Die brauchen nicht an der Front. Ja, hab du, hado, 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 warte, du dir da? Nein. Ich schub's den weg, ich schub's den weg! Nein. Ah, nein! Da hättest du nicht rauskommen dürfen. Ich hab gedacht, du hast ihn dann, aber dann... Ja, den hätte ich gehabt. Warum kommst du dann raus? Äh, ich hätte den Typ nicht... Ich hätte ihn eigentlich nur angekriegt, wäre er drin. Egal wie, der wäre drin. Es bleibt echt ein Wunschtraum, selber zu werden. Das ist ein Wahnsinn. Ah, ob das was wird oder nicht. Sehen wir, wenn das Licht ausgeht. Tschüss! Tschüss!